Sieh sich mal einer diese Schuhe an und das Outfit, das Sie tragen. Mit der Handtasche und allem, das sieht so toll aus. Danke. Sehr gerne. Sie müsste ich immer dabei haben. Ich liebe Ihr Outfit. Sie sind also Masseurin? Das bin ich, ja. Ja? Ja, interessant. Was machen Sie denn? Ich bin Dichterin. Oh, und ich bin Träumerin. Nein, wirklich, ich... Oh, Sie sind wirklich Dichterin? Ja. Oh, machen Sie das beruflich? Und ob? Wow, Sie schon, ich nicht. Was? Sie sind Poet? Und ich überdreht. Der war gut. Können Sie gern verwenden.